Musik Der Thurgau, das ist die Heimat der TKB, der Thurgauer Kantonalbank. Wir sind seit bald 150 Jahren hier verwurzelt. Wir sind die bedeutendste Finanzpartnerin für die Wirtschaft und die Bevölkerung unserer Region. 180'000 Kundinnen und Kunden vertrauen auf unsere Leistungen. Über 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen unsere Bank zu dem, was sie ist. Sie geben der TKB ein sympathisches Gesicht und legen sich für sie ein Zeug an 29 Standorten im ganzen Kanton. Bei der TKB steht der Mensch im Mittelpunkt. Das erleben wir im Personalrestaurant jeden Tag. Ich habe täglich Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz verschiedenen Abteilungen und Geschäftsstellen. Dabei schätze ich den unkomplizierten Umgang, den wir in unserer Bank haben, sehr. Bei der TKB findet man interessante Stellen in ganz verschiedenen Fachgebieten. Vom Hauswart bis zum Geschäftsstellenleiter, vom Lehrling bis zur Führungskraft. Vor und hinter den Kulissen sorgen unsere Mitarbeiter.